Herzlich Willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich bei meiner allgemeinen Einführung in das Programmieren. Allgemein bedeutet hier, dass es nicht darauf ankommt, dir eine bestimmte Programmiersprache beizubringen, sondern ich möchte dir in den folgenden Videos zeigen, was es überhaupt bedeutet zu programmieren, was so eine Programmierin macht, was ein Algorithmus zum Beispiel ist, wie man so ein Programm darstellen kann, und welche Schwierigkeiten auftauchen könnten bei der Umsetzung eines Algorithmus, also beim Lösen eines Problems. Und weiteres wollen wir kurz besprechen, worauf es ankommt, wenn man Programmiersprachen lernen möchte und warum vielleicht manche Programmiersprachen besser geeignet sind als andere.